Guten Morgen, ich bin dann bei der Hochsau-Reise. Was machst du? Ich bewundere die Baumhauswiese und unser Baumhaus. Hm, ist es nicht schön? Ich mag unser Baumhaus. Ich auch. Und guck mal, man kann von diesem einen Briefkasten sehen. Ich freue mich schon auf die nächsten Bilder, die uns die Sterne zeigen. Ja, ich mich auch. Aber jetzt ist das gespürt. Weißt du, gute Nacht.